Senngarten Paraguay Herzlich Willkommen in Senngarten Paraguay. Wir sind Nathalie und Martin, das Team vom Senngarten Paraguay. Und hier stehen wir auf dem Gelände, auf dem später der Senngarten stehen wird. Er ist gerade in der Entstehung und Martin, was hat dich denn an Paraguay so fasziniert? Wetter, Temperatur, Klima, Menschen, einfach traumhaft. Mir gefällt es super gut. Also was Martin da ausdrücken möchte, ist, dass wir mehrere Male hier im Urlaub waren und Land und Leute kennengelernt haben und uns einfach wirklich in Paraguay verliebt haben. Aus dem Grund haben wir 2019 entschieden, hier zu wohnen und zu leben. Und nun eben sind wir in der Entstehung im Bau vom Senngarten Paraguay. Dazu findet ihr hier im Kanal ganz, ganz viele Videos. Wenn ihr in der Bauphase, die circa neun Monate bis ein Jahr dauern wird, dabei sein wollt, dann abonniert bitte den Kanal. Dazu werdet ihr noch sehen, wie ich unseren Gemüsegarten nach und nach anlege oder auch einfach diverse Ausflugsziele könnt ihr mit uns kennenlernen. Also seid neugierig, abonniert unseren Kanal und bis bald. Tschüss! Tschüss! Du oder ich? Du, Ladies first! Oder pass auf, ich sag Hallo und dann redest du weiter. Tschüss! Tschüss! Herzlich Willkommen im Senngarten Paraguay. Ich denke, du sagst nur Hallo. Ja, sollen ja auch wissen wo, oder? Das lasse ich vor allem auf dem Video drauf. Kommt mir so vor wie ein bisschen bei der Muppet Show. Aber machen wir nochmal, oder? Ich denke, du sagst nur Hallo. Leg los. Also Hallo im Senngarten Paraguay. Okay, komm, 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 geht's. Bisschen schräger, ich glaube unsere Köpfe sind, nein, 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 so, 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 wunderbar, siehst du? Dann haben wir sogar Haare. Hallo und herzlich Willkommen im Senngarten Paraguay. Wir sind Nathalie und Martin. Stopp, darf ich nochmal? Ja.